hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video zu dead by daylight und wir sind ein bisschen levi also als jack park Und sie hat einen Perk-Charme. Was für einen Perk-Charme hat sie? Agitation, Erregung, hat sie wahrscheinlich auch Erregung als Perk dabei? Das wäre ein bisschen lustig, wenn ja Agitation macht als Perk bzw. Erregung macht als Perk, wenn du einen Survivor auf der Schulter hast, bist du schneller unterwegs. Hast du denn dein normales Speed? Thunderstorms. Okay. Gipsi danger. Gipsi danger. Einfach in der Schattes. Gupf, du kommst. Gupf, du kommst du, kommst du. Gupf, du kommst du. mich siehst du nicht ich bin hier schön sicher wieder so ein Hex nicht dass sie den Wau oder was anderes Hälfte wieder boingse boingse mal kurz überlegen was sie für ein Hex hat kann ja auch was mit den Skill Shacks vielleicht hat sie das mit dem Skill Shack dass die Skill Shacks immer leiser werden und beim Ende ist es komplett leise ist gut für Doktor da oben ist sie nicht aber sie hat diesen Perk für Doktor oder von Doktor will mich nicht wundern bei einer Huntress mit so einem Perk Bild dass sie vielleicht diesen Perk von Jigsaw hat also von The Pig mit macht seine Wahl oder wähle weil wenn dann kann ich Insta gedauert werden aber zuvor habe ich sie nicht schreien hören noch nicht jedenfalls ich habe noch einen Generator mit dem der die 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 nicht dann den Oh, come on. Ja, obwohl ich 30 Ton mal Space gedrückt habe, hat er nicht runtergemacht. Denn es ist Zeit zum Lupen. Oh, come on. Hat sie mich nicht gehört? Nice. So, dieser Gen ist fertig. Das ist gut. Wir müssen uns noch ein bisschen heilen. So, die Achievement. Achievement-feile. Die Schleimsch haben wir noch fertig mit den 12 Fähigkeitschecks. Warte mal. Okay. Ich dachte, mir wäre noch was angewiesen. Ein Gen noch. Die ist oben. Die Schleimschung... Es ist oben. ich kann Ah! Fuck the dude US! Uff! Uff! Also wir können jetzt noch heilen schnell. Okay. Ja! Nice! Let's go! Los! Nice! Nice, Digger! Weil sie den falschen Charakter erwischt hat. Nein, Schwimmbora teilt noch drauf dazu. Die wurde aber eh nicht an ihr hinten deswegen. Was? Was? Du kannst nicht mehr drauf zugreifen. Ich wollte gerade sagen, ja. Auch noch im Pole. 227 Stunden. So glad. Junge, der hat richtig Hasskommentare von, aber nicht DVDsern. Big Toxic, Unskilled Killer, No Fun Killer. WTF? Ja, toll. Das sind Leute, die sowas machen, ne? Das ist besser. So. Naja, wir machen noch eine Runde und dann erstmal Schluss. Hoffentlich. Wir sehen uns gleich. So, nächste Runde und auf der Jigsaw Map. The Game. Es ist ein Oni. Es ist ein Armored Titan, Digger. Es ist ein fucking Armored Titan! Scheiße. Wo kommt denn der hier? Ich dachte, die Titans sind auch zu groß. Also größer als wir. Sind die geschrumpft? Aber dann muss man überlegen. Eine Attack on Titan Collaboration mit Dead by Daylight, nur mit Skins sag ich mal. Es gibt es als Titan Skins, Armored Titan und Wallhammer Titan. Oh mein Gott. Und... Und jedenfalls... Warum sind die so klein? Fahre ich mich. Weil... Die sind ja eigentlich größer. Die transformieren sich ja in solche riesen Titane, um dich zu fressen, töten und was auch... Der Geier. Oder sind sie so klein hier? Da rennt er. Da rennt er. Da rennt er. Das ist die letzte Kuh, die gleich sich aus mir rauskommt. Ich dachte, das war kurz greedy. Die sind nicht so klein. Ich kann mich nicht ansehen. Aber dann ist das kein Zeug. Ich kann mich nicht ansehen. Ich kann mich ansehen. Ich kann mich ansehen. Ich kann mich ansehen. Jo was hat das für eine scheiß Reichweite also die wird hier schnappt schwimmt wo rennst du hin schnappt 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 Ich würde schön sagen. Geh renn, geh renn, geh renn. Geh! Ich bleibe bei jeder scheiß Wand stecken und er kommt so richtig klug raus oder was? Das macht so keinen Sinn. Nur weil dieser Arsch... Wir hätten einen heilen können, wenn er nicht diesen Kack-Skill-Shack verkackt hätte. Wir haben nicht mal einen Gen fertig! Weil keiner ihn fertig macht! Aber der kickt die Jens doch! Der kickt die Jens doch! Und der hat sogar Pop! Oh Mann! Schaffen wir nicht! Ich werde ja fast nicht mal gerettet! Fast! Du fast! Reil dich, bevor ich verrecke! Ja! Hättest du mich mal retten können! Jetzt bist du auch tot! Für nix! Ich bin verrückt und du bist da gewesen für nix! Ey! Gott! Ich hatte glaub' ne Ausforderung, was ich alles in einem Match abschließen soll! Hat ja nicht funktioniert! Der Ooni rennt ja überall hin! Kann ich ja nicht 10 Meter in seiner scheiß Zone bleiben, oder? Ja! Ja! Schließ' die Herausforderung! Eine einzige Prüfung! Versteck dich immer! Hab's doch! Okay! Und durch diese Runde brauch' ich nix sagen! Dieses Survivor-Bahn, Alter! Dieses Team war einfach so scheiß random! Ja! Einfach so zusammengemischt von wahrscheinlich null Playern! Hat man gesehen! Von den Outfits fast! Yay! Zack, zack, zack! Gut! Was können wir denn noch machen? Äh... Das hier! Ja! Naja! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Dead by Daylight! Und tschau tschau! nach. PuesShell rein! Guys,摆0! Haben Sie ein consultor? Weil wir dann nicht gerne spawnen... Was wollen wir... Informationen Nichtgod, knackig? Postle mal wieder zu那 specialивал Wilhelm, wobei ich also hier? Bis morgen Super, seit meinem Vorhab, habe noch getan inc Сon. coworker Wein ganzesat. Vielen Dank.